Musik Musik Fast hätte ich ihn nicht bemerkt, den Hasen, der plötzlich am rechten Bildrand auftaucht. Er fühlt sich angesichts des vor ihm sitzenden Greifvogels sichtlich unwohl. Ob er zwischen Pussard und Habicht unterscheiden kann? Der nur letzterer wäre eine ernstzunehmende Gefahr für ihn. Dieses Aufeinandertreffen geht für den Hasen jedenfalls friedlich zu Ende. Zumindest kann er kurz aufatmen, denn Feinde hat er einige. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017